Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der muss auch weg So, okay So, ja, ihr alle hier Kollegen, bleibt hier So, haben wir noch geschafft Ja, super, der Turm ist natürlich zu weit weg Geil, cool, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge Wir haben ja gesagt, wir wollten hier mal Die Typen angreifen Haben wir auch gleich glatt natürlich Direkt gemacht, so Schlau wie ich bin, haben wir hier eiskalt Die Burg Oder warte mal Soll ich den vielleicht einnehmen Nee, 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 warte mal, warte mal, warte mal Das war doof Kann ich denn diesen Turm nicht übernehmen Kann ich übernehmen, sollte ich mal tun vielleicht So Den möchte ich dann doch lieber haben vielleicht Ich möchte mal probieren, ob wir das hinkriegen So, das möchte ich mal probieren hier Ähm So Ich probiere das mal Ob wir den vielleicht kriegen können Den Turm Ja Ja Wir reiten hier einfach mal ein bisschen hin und her im Kreis Oder so Okay So, und dann hoffe ich Ja Schießen weiter auf den Das ist auch schon mal geil Das heißt, mit etwas Glück Gehört der Turm gleich uns Das habe ich natürlich ein bisschen spät erst gemerkt Dass ich ja einfach Ähm Da den Turm vielleicht mal übernehmen könnte Okay Also es funktioniert auf jeden Fall Okay, es funktioniert auf jeden Fall nicht Gut Na gut, dann halt nicht Man kann es ja probieren Man kann es ja mal probieren Hätte ja klappen können Ach Gottchen So Dann gehen wir mal weiter voran hier Also Ihr Kommt natürlich mit hier vorne hin Äh Ihr Wandert auch hier mal mit dazu So Und euch Pff Ja Wir müssen doch so langsam So nach und nach Müssen wir doch hier voran Ist doch Ist doch richtig Ist doch so Das war mal der Plan Von der ganzen Sache So Hier haben wir dann auch die fetten Schiffe Die So richtig Krass Guckt euch das an So Da müssen wir natürlich wieder mit Priestern Mithelfen Und dann gucken Ob wir hier Das Ganze erledigen können Dann nehmt ihr euch mal den Hafen hier vor Okay Okay Können wir den da erwischen Oh Gott Ne Es gibt schon wieder zu viele Schiffe Es gibt schon wieder zu viele Schiffe Das wird nichts Das können wir vergessen Krass Kommen sie mit dem fetten Brander anmarschiert Okay Ich lass das mal Ich lass das mal sein Wir machen das lieber so Achso Klar Wir machen das mal lieber so hier Und dann gucken wir mal Ob wir vielleicht Ähm Mit unseren Trieböcken Die Schiffe da kaputt kriegen Hier guckt mal Nehmt euch mal mit denen da vor Haha Eins haben wir zerlegt Sehr gut Sehr gut Gefällt mir Das ist doch schon mal Große Klasse gewesen Na können wir das hier noch nicht Noch ein bisschen näher ran Pullen hier Sag ich mal So guck mal hier Na guck mal Hier Ja genau Guck mal Zack Bumm bum Sehr schön So dann komm mal hier hin Dann können wir nämlich das nächste Schiffchen auch erwischen Ja haha Na Schade Wollten Wollten sie nicht Ja aber jetzt Komm Machen wir mal kaputt das Ding Ach schade Ne der ist Der ist relativ Dem ist das relativ hochstier Die ganze Geschichte Irgendwann Irgendwann werden wir dich erwischen Du fieses Schiff Warte nur Warte nur ab Mit unseren Trieböcken Machen wir dir den gar raus Oh guck mal Hier Wir kriegen dich noch Mann ey Gibt ja wohl nicht Okay Jetzt sollten wir es noch treffen Immer noch nicht Ach Na gut Jetzt kommt ihr wieder Kollegen Macht mit Helft mit Ne Hier Das wird ja wohl Das ist ja wohl Gar nichts hier Jetzt geht das wieder los Hier Jetzt geht das wieder Ach da kommen Das nächste Schiff Kommt auch schon wieder So Oh Ey Das haben wir noch Voll erwischt hier Das haben wir noch Voll erwischt Los Macht das Schiff Kaputt Ja Komm 16 Lebenspunkte Hat es nur noch Ach naja gut Ja komm Ja auf jeden Fall Ähm Schauen wir mal Wie das jetzt noch wird Mit dem Schiffchen Ich glaube Was sollten wir noch Ich weit mal So guckt Jetzt haben wir es doch In der Enge getrieben Jetzt haben wir es in der Enge getrieben Und gleich ist es weg Zack Wunderschön Wunderschön Ob dann gleich so ein fetter Hinterhalt kommt Oder sowas Oder ob die uns dann gleich Als Feinde sehen Oder für Feinde halten Oder was auch immer Willkommen in Gallipoli Eure kaiserliche Hoheit Oh sehr schön Gallipoli Natürlich könnt ihr unsere Transportmittel benutzen Mein Herr und Kaiser Aber ich befürchte Dass in der Enge getrieben Sarasenische Kriegsschiffe Verkehren Ihr könntet viele Männer Verlieren Na klar Na klar Jetzt geht das wieder los Hier Okay Na super Das Kann natürlich Was werden Hier Jetzt Ich fahre mal Mit den Belagerungsunagern Hier runter Und hole meine Transportschiffe Hier rüber Damit wir dann Versuchen können Die irgendwie zu retten Ach Gottchen Da kommen noch mehr Von den Dingern Hilfe Oh oh Okay Die scheinen jetzt Alles hier zusammen zu ziehen Die scheinen jetzt Alles hier zusammen zu ziehen Okay Wie viel passen da drauf 20 Okay komm Dann nehmen wir doch schon mal Hier ein paar rüber Fahren wir doch schon mal Mit einer Runde hier los So Okay Hier komm Erstmal schon mal die hier Okay Und ihr müsst natürlich mit dazu Okay Erstes Schiff versenkt So Gucken wir mal Wie weit wir da kommen Ob das Schiff durchkommt Das sind auf jeden Fall 13 Leute Das ist jetzt einfach unsere Ähm Ja Ich sag mal so Unser erster Escort Service Wenn die durchkommen Dann Ähm Haben wir ja schon mal Gute Karten Wenn die durchkommen Sollten wir da Oh wie Ach Gottchen ey Hilfe Hilfe Was wollen die hier alle Kommen wir da echt nicht hin Oh Gott oh Gott Zum Glück lassen die mich in Ruhe hier Okay Die teutonischen Krieger versuchen an Land zu gehen Attacke Äh Oh Nice Gut dass ich die abgeladen habe Gut dass ich die abgeladen habe Das ist natürlich Ideal hier Ja Ja Kommt hier Also ne Ihr geht's Ihr bleibt da weiter Oh Macht sie kaputt da Hier Geht da drauf Macht sie hier kaputt Allesamt Ey geil Gut dass ich die genommen habe Zum Übersetzen Die können nämlich Uns Ziemlich geil Jetzt Na gut Das ist jetzt natürlich Mehr oder weniger Alles ein bisschen So die Dann Dann guckt ihr doch schon mal Ob ihr den Weg dahin findet Okay Der ist weg Die Seltschuken Seltschuk Okay 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 Das Äh Oh War ja Das sieht böse aus Alter Wie sollen wir denn da durchkommen Krass Ich glaube Das ist doch nicht Unbedingt der geilste Weg gewesen Okay Ahem Hui Okay Gut Das heißt da sind die fetten Gelben Die uns einfach Mega Kalt machen Wenn wir da übersiedeln Das ist ja gut zu wissen Das ist ja sehr gut zu wissen Okay Hier Das Ding machen wir auch gleich mal kaputt Das Schiff hier Bevor uns das So ein bisschen da Okay Dann bleiben wir hier Au weh Au weh Au weh Huiuiui Also haben wir schon mal die ersten 13 Einheiten Eiskalt verloren Mhm Das ist ja toll Aber wir haben zumindest auch die grünen noch ein bisschen mehr fertig gemacht Gut Das Heißt Wir sollten Nicht hier durchmarschieren So wie es eigentlich auch stand gegenüber von Lützern Also ähm Sollte ich wahrscheinlich lieber hier irgendwo Ich muss ja nur ein Transportschiff am Ende durchkriegen Mehr Muss ich ja gar nicht So Oh Gott Was ist das denn hier Also hier kann man auch irgendwo an Land gehen Ach guck mal Hier könnte man auch an Land gehen Problem ist Von hier komme ich doch nirgends hin Äh Ich bin etwas verwirrt gerade Also Merkt ihr vielleicht Dass ich ein bisschen verwirrt bin Ne Wo sollte man hier denn dann lang marschieren Hier sind ja überall Klippen Ähm Hm Wir schauen mal weiter Wir gucken mal weiter So bislang werden wir da hinten auch noch nicht angegriffen Hä Also ich glaube hier kommen wir nirgends hoch Ah doch hier Ja wir sind auch überall Klippen Ne Da kommt man doch da nicht lang Ich nehme mal Ich hole mal einen Speer Ich nehme mal einen Speer mit Wo ist ein Speer Hier ist ein Speer So der fährt da mal mit Ähm Und Du Fährst dann Lieber hier unten nochmal hin Äh ich glaube wir müssen hier durch Es geht glaube ich gar nicht anders Ich glaube das geht nicht anders Oh Oh weh Okay Oh krass Scheiße Damit habe ich natürlich Da habe ich ja natürlich gar nicht mehr dran gedacht Dass ja der Kack Brander Einfach mal eiskalt alles Kaputt schnetzelt Wenn er stirbt Oh scheiße Wieder zwei Leute verloren Ach nee guck mal Hier könnte man auch noch anlegen Das wäre aber sinnlos Okay Hier wäre mega sinnlos anzulegen Ja da muss ich hier anlegen Wenn Geht gar nicht anders Gut Geht nur so Anders geht's nicht Dann schauen wir mal Also gut Ich werde natürlich jetzt noch schnell hier die Die Ähm Erkundung hier oben Weiter vornehmen Und gucken ob man hier vielleicht doch lang kommt Aber ich glaube wir müssen hier durch Geht wohl nicht anders Ha Habe ich eigentlich keinen Bock drauf Aber Wenn es nicht anders geht Dann geht es halt nicht anders Wir haben ja noch genügend Leute Noch Betonung liegt auf noch Natürlich So Dann fährst du mal wieder zurück Und du guckst mal Wie weit man hier noch kommt Ist nicht dein Ernst Es läuft ein gelber Priester rum Ach man kommt hier tatsächlich hoch Okay Okay Das ist ja schon mal nice Das ist ja schon mal sehr nice Das heißt man kommt hier hoch Und dann Können wir einfach durch die ganze Wüste durchreiten Okay Scheiße Verdammt Okay Aber ich Erscheint wohl echt Ja gut Gegenüber von Vizenz Das ist dann wohl hier Das ist wohl dann hier gemeint Der Spot hier Verschaut uns hier Kreuzhüter Und wir werden euch bei eurem schmutzigen Werk zur Seite stehen Bei unserem schmutzigen Werk Okay Dann tretet uns bei unserem schmutzigen Werk zur Seite Yo Machen wir einfach alles voll schmutzig So Hier war irgendwo dieser komische Priester Den will ich dann nochmal schnell Ja Bam Weg ist er Gut Sehr gut Gut Dann Ja Dann werden wir mit dem schmutzigen Mit dem schmutzigen Priester hier Eiskalt alles töten So Gut Gucken wir mal Ob wir da So Alle drauf Bitteschön Zack 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 Ich hoffe Dass jetzt nicht uns das Ding hier gleich abgeschossen wird Wenn das Ding stirbt Dann Wäre ziemlich kacke Hier Unager nehmen wir auch noch mit Ein Obwohl Die Die nehmen wir nicht mit Ähm Wir nehmen den hier mit Und dich nehmen wir auch noch mit Deutschritter wäre eigentlich auch noch gut Damit machen wir jetzt das zweite Schiff voll Okay Wir fahren jetzt einfach mit allem rüber Was wir haben Ähm Hier war ja relativ Entspannend Da kamen ja nicht so viele So Das heißt euch packen wir auch wieder ein Ja ich weiß echt nicht warum bin ich denn hier da durchglauben Da war ja echt doof von mir So Bitteschön Alle da rein Oh Hier Oh oh So Schön kaputt walzen Sehr gut Gut Okay Wie viel Platz ist da noch Ah das ist 19 von 20 nur Okay Das heißt das ist jetzt auch voll quasi Ähm Ja wisst ihr was Dann alle da rein Und dann nehmen wir das Schiff auch noch mit Sehr gut Erstes Schiff hat es geschafft Ui Sehr gut Gefällt mir Gefällt mir sehr Dann können wir mit dem hier schon los marschieren Also die Leutchen können jetzt schon los Hier hinten mit dazu Du auch natürlich Ja ist ja wohl klar Wenn dann alle ne Hilfe Verschont mich Und ähm Das Schiff ist jetzt auch vollgeladen Super Dann das dritte Schiff Kann jetzt Kann das dritte Schiff Jetzt auch Hochlaufen Ach guck mal So Ähm Will ich Den Turm will ich eigentlich überhaupt nicht Der ist mir eigentlich völlig egal Den lassen wir einfach mal sein Der sollte einfach mal stehen bleiben So Okay Wunderbar Ah geil Die nächsten sind auch schon angekommen Juhu Also wir haben es geschafft Erfolgreich überzusiedeln hier Haben es geschafft Hier rüber zu kommen Ohne Verluste einzustecken Bislang Und ich glaube das letzte Schiff wird es auch schaffen Und dann müssen wir eigentlich Ganz entspannt Uns nur darum kümmern Ähm Weiter Vorzupreschen Und dann hier einfach Ja einfach nur durchlaufen Ne Würde ich sagen Mehr müssen wir doch gar nicht tun Gut Diesen Turm hier könnten wir vielleicht noch Aus der Weg Aus dem Weg räumen Aber an sich Ich weiß nicht Ich weiß nicht ob wir da so gut durchkommen Aber wir werden es mal probieren Ach Gottchen Da haben sie eine fette Burg Okay Sehe schon Was hier los ist Ach Gott ey Muss ich denn hier für Wege gehen Muss ich mich hier einfach so durch Schummeln Oder wie Einfach so hier irgendwo Rumsneaken Weiß ich nicht Ich probiere es mal Also wenn ich hier den Ähm Moment Erstmal das letzte Schiff Entladen Blub Schafft ihr das? Oh Warte mal Ihr bleibt mal schön da Okay Dann nicht Komm mal mit dir Oh verdammt Oh scheiße Okay Den werden wir verlieren Das werden wir verlieren Kacke Da habe ich nicht aufgepasst Ja der ist weg Ja der ist weg Oh Gott da ist eine fette Burg Okay Okay Scheiße Ich dachte echt Das ist entspannter So ich gucke einfach wo der lang reitet Und dann werde ich den Weg gehen Den der auch reitet Er reitet hier unten lang Okay Toll habe ich den Tribok verloren Wegen so einem Mist Ach das war natürlich echt doof von mir Das war jetzt natürlich echt bescheuert So Echt doof gelaufen Doof gelaufen Aber was soll's So ihr kommt mit dazu Ihr kommt mit dazu Und ihr kommt auch mit hier rüber Ihr bleibt erstmal hier So Schaffst du nicht damit dazu Dich zu stellen Oh Okay Jetzt kommen sie Da kommen sie Okay Auweia Okay Fahrt ihr weg da Fahrt ihr weg Fahrt weg Okay Und ihr bleibt auch erstmal hier bitte Ach super Das war natürlich richtig gut Halt Haltet euch zurück hier Oh Gott oh Gott Ja So Oh oh Der ist ja auch bald tot Was machen die denn da Alter Bleibt ihr mal schön hier stehen Was machen wir Wir machen das Wir machen das hier Oh Mann ey Ich muss die mal verteidigen stellen Oder so Das geht ja gar nicht So Das blöd ist Diese kack Burg Ist hier so nah Ich muss die echt so Nach und nach Irgendwie rauslocken So Du gehst hier mit rüber Okay So Dann schnappt Schnappt ihr euch erstmal Den hier Ich brauch Den hier Der muss unbedingt hier rüber Den kann ich noch weiter So Flachpfeifer Wen hat er den noch erschossen Oder der hat den anderen Speer noch erledigt Okay Da sind wir zu nah an der Burg Das ist doof Wir müssen von der Burg weg Ey So ein Kack Oh Gott oh Gott oh Gott So ein Scheiß So Okay Zack Holt ihn euch Holt sie euch Holt sie euch Klar Jetzt reitet der natürlich Fährt der natürlich Wieder noch weiter weg Alter So ein Scheißding Ja klar Der ist tot Klar Okay Jetzt Weg hier Weg hier Rettet euch Äh Naja Gut Viel konnten wir nicht mehr retten Aber Alter So Dann schalten Da kommt schon wieder Der nächste Angeflogen Von den Vollspacken Von den Vollsparten Aber jetzt muss ich auch die Folge beenden So Bleibt schön hier Kollegen Ich glaube jetzt haben wir es auch erledigt Boah Ätzend Ey Wieso haben die hier so viele Leute Gut Das war es auf jeden Fall für heute Ich hoffe es hat euch gefallen War Doch wieder relativ Stokelich Aber Wir sind zumindest jetzt übergesetzt Wir haben auch noch ein paar Leute Zwar nicht mehr so viele Aber Ich hoffe dass das einfach hier die einzige Festung ist Wenn das die einzige Festung war Ich glaube wir hätten einfach hier rüber gehen sollen Ich glaube hier wäre nicht mehr viel gekommen Und dann hier lang Zack Ansonsten Ja Wir müssen mal gucken wie weit wir da noch kommen Ich wünsche euch Noch einen schönen Tag Und wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin Ciao Ciao